Alle, die hier bei uns auf Tickmüll jeden Morgen in die Webinare hineinschauen, ich heiße Sie herzlich willkommen auch zu den heutigen Besprechungen der Handelsideen am Mittwoch präsentiert von Tickmüll, ihrem Broker für Forex Aktien, Indizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Mein Name ist Mike Seidel und ich führe Sie wie immer durch das Webinar mit ein paar meiner Ideen aus den Charts heraus, die ich so regelmäßig im Blick habe. Ludger, einen schönen guten Morgen, ich freue mich sehr, Sie wieder live hier auch im Webinar zu haben und ich lade auch all diejenigen von Ihnen, die hier live zuschauen, ein. Wenn Sie Fragen haben oder einen Chart einfach mal betrachten lassen wollen, rein damit in den Chat, wir gucken uns das Ganze gemeinsam auch mit an. Bevor wir mit den Charts beginnen oder anders mit den Handelsideen natürlich wie immer der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, sie riskieren ihr eingesetztes Kapital zu verlieren und damit machen wir das gleiche wie jeden Morgen. Das mag ein bisschen langweilig klingen, aber es ist wichtig und zwar den Check der Nachrichten. Warum machen wir das? Weil Nachrichten die Preise massiv bewegen können und immer dann, wenn es marktbewegende Nachrichten gibt und sich irgendetwas ändert, dann spielt sozusagen die technische Betrachtung, die technische Analyse überhaupt keine Rolle mehr. Dann fließt das Geld einfach in eine Richtung und fertig ist. Lars, einen schönen guten Morgen. Also die Tagesnachrichten für heute, bisschen knapp gemessen, wie Sie sehen, Relevanz 2 und 1 haben wir heute nur auf der Uhr in den USA ist Feiertag. Die feiern den 4. Juli den Unabhängigkeitstag, gestern war nur ein halber Handelstag, das merkt man auch am Handelsvolumen, ist zurückgegangen, alles ganz normal, nichts was jetzt dramatisch ist und deswegen auch relativ wenig Nachrichten hier am heutigen Tage. Wir bekommen um kurz vor 10 Uhr den Einkaufsmanagerindex hier in Europa für die Dienstleistung, dann um 10 Uhr den Einkaufsmanagerindex, also den Gesamtindex. Also es gibt um die 10 Uhr etwas Neues zum Thema Einkaufsmanagerindex in der Eurozone. Und um, was haben wir da, 13 Uhr kommt aus den USA noch ein paar Informationen zum Thema der Hypothekenzinssätze, Beschäftigungsindex. Diese Dinge sind halt heute Nachmittag dran. Das Thema Hypothekenzinssatz, das ist halt ein, für den einen oder anderen kann das ein interessanter Ansatz sein, einfach um zu sehen, wenn diese Zinsen beispielsweise brutal ansteigen würden, ja, dann hätten ja irgendwann die stark finanzierten Amerikaner ein Problem, weil sie ihre Zinsen nicht mehr zurückzahlen könnten. Aus diesem Grund haben wir hier auch immer mal wieder die Informationen dazu und das kann unter Umständen auch einige Einflüsse haben, muss aber nicht, weil es ist auch eine sehr, sehr lange Geschichte. Aber es wird immer wieder aufgeführt und von der Seite her kann man das am Rande auch mit zur Notiz nehmen. Aber interessant ist das, weil es ist ein sehr, sehr langer Zeitraum, der hier ist und wenn es hier in diesen langen Zeiträumen auch zu starken Zinsanstiegen kommen kann, dann hat das in der Regel auch irgendwann Auswirkungen auf die kurzfristigen Zinsen. Nicht heute Morgen, aber es steht mit auf der Agenda. Was gibt es denn heute auf den interessanten oder aus der Welt der interessanten Charts? Ich habe das für Sie wieder in den Blog geschrieben. Ich kann, dass all denjenigen, die den Tickmill-Blog erst angefangen haben oder hier zu uns gekommen sind, wir haben ja immer wieder neue Zuschauer hier an dieser Stelle. Wenn Sie diesen Blog auch lesen möchten, auch mal unabhängig von Facebook, einfach immer wieder nachschauen oder mal das Video dazu anschauen wollen, gehen Sie auf die Seite von Tickmill und dann finden Sie hier den Blog und im Blog-Eintrag finden Sie alle Handelsideen, die wir hier für Sie jeden Morgen veröffentlichen und da sehen Sie dann entsprechend auch die Ideen für den heutigen Tag im Euro-Austral-Dollar. Wir schauen auf den Euro-Kanadischen Dollar und wir schauen auf die Währungspaarung Neuseeland-Dollar-Kan-Dollar. Also das die wichtigsten Werte entsprechend für heute, wo ich interessante Dinge gesehen habe. Das ist, weiß Gott, nicht alles, was aus den Charts herauskommen kann, aber es sind interessante Ideen und die möchte ich Ihnen hier nicht vorenthalten. Was haben wir hier? Wir schauen mal zuerst in den Chart vom Euro-Kanadischen Dollar. Hier ist es auch wieder der Tagesschart, den wir auf der Uhr haben. Was hat mich hier interessiert? Was hat mich hinschauen lassen? Mich hat hinschauen lassen die Situation hier unten. Wir haben einen Aufwärtstrend, der mittlerweile auch ordentlich korrigiert ist. Wir können ja mal kurz schauen, wie tief der momentan korrigiert ist. Wir sind hier, Sie sehen es selber, ein ganzes Stückchen über die 50%-Marke gelaufen. Wir sind unter das Ausbruchsniveau hier bei 1,53,5,5 gelaufen. Also eine Korrektur, wo man durchaus schon von einer tiefen Korrektur sprechen kann. Was hat es interessant gemacht? Interessant hat für mich die Tatsache gemacht, dass wir hier unten einen leichten Bereich haben, wo die Kurse in den letzten beiden Handelstagen nicht wirklich drunter gelaufen sind. Das heißt, wir haben gesehen, dort wollte der Markt jetzt nicht tiefer gehen. Und wenn man sich dieses Bild mal etwas genauer betrachtet, dann kann man auf die Idee kommen, ich gucke einfach mal in die kleineren Zeiteinheiten rein. Warum ist das interessant in den kleineren Zeiteinheiten? Das ist aus dem Grund interessant, weil manchmal gibt es an diesen Stellen hier keine klassischen Umkehrmuster, keine klassischen Umkehrkerzen, sondern so ein, sage ich mal, leicht absackendes Verkaufsinteresse und so eine leichte Bodenbildung. Und wenn wir dann dort rausbrechen, das sind häufig, weil wir hier auch eine tiefe Korrektur haben, dann sind das häufig auch Möglichkeiten. Wenn der Markt an dieser Stelle dann die Dynamik nach oben wieder aufnimmt, dann kann man halt relativ früh in den Markt reingehen. Einfach, wenn man weiß, wie die Zeitwärtsrange sich in den kleineren Zeiteinheiten entwickelt. Und wenn es dann zum Ausbruch nach oben kommt, dann haben wir halt einiges an Potenzial. Wenn wir erst die Tageskerze abwarten, kommen wir halt etwas später erst rein. Das muss nicht dramatisch sein, aber es kostet halt immer ein bisschen. Und wenn uns der Markt schon früher ein Zeichen gibt, hey, schau mal hin, da kann was kommen, ja, dann wäre das doch ein schönes Signal zu sagen, gut, schauen wir uns mal an, was der Markt uns hier gibt. Und steigen die Kurse, haben wir Upside-Potenzial. Und zwar haben wir dann hier oben erstmals, wir hatten ja hier so einen Peak, um die 1,54602. Der nächste Anlaufpunkt wäre dann das Tageshoch, was wir hier drüben haben bei 1,55359 in diesem Bereich, bevor der Markt dann hier oben in dieses Hoch um die Marke von 1,55880 ansteigen kann. Das auf der Oberseite. Sollte die Korrektur noch etwas tiefer laufen, dann schauen wir auch mal, was es an Punkten auf der Unterseite gibt. Ich ziehe mal kurz diese Trendlinie rüber. Da sehen wir halt, das nächste Tag ist tief hier an der Stelle von 1,52,647, beziehungsweise etwas tiefer steht auch noch 1,52,435. Das heißt, das wären dann auf der Unterseite mal die nächsten Anlaufpunkte, wenn die Korrektur noch tiefer läuft. Die kann natürlich noch bis in diesen Bereich hier unten reinlaufen. Das ist dann der Markt, die Marke von 1,53,230. Also das sieht, so sieht die Unterseite aus. Und wir schauen gleich mal, ich ziehe die Linie in der Zeit drüber gleich einmal, uns das Ganze noch einmal im Stundenchart an. Ich sehe gerade, die Elena ist auch wieder da. Einen schönen guten Morgen, liebe Elena hier aus Delitzsch zu dir ins Büro. Gut, also dann mal in den Stundenchart hinein. Und da sehen wir das, was mich so ein bisschen interessiert, wo ich halt gerne auch drauf schaue. Und das ist halt dieser Bereich hier unten, wo wir halt wirklich sehen, der Markt, der will hier nicht massivst unten drunter laufen. Und das ist so ein Zeichen, dass wir doch durchaus eventuell steigende Kurse sehen könnten. Sie merken schon, es ist immer noch ein bisschen ein eventuell, aber es ist halt da. Ja, wir sehen das halt. Und für diejenigen, die sich auch ab und zu mal mit Chartmustern interessieren, es gibt ja beispielsweise auch den fallenden Keil als Chartmuster. Und wenn Sie sich diesen fallenden Keil mal anschauen, dann haben wir hier halt die Tatsache, der fallende Keil hat ja die Grundvoraussetzung, dass wir auf der Unterseite leichter fallende Kurse haben, aber auf der Oberseite deutlich, deutlich größeren Abfallwinkel haben. Und das ist das, was wir hier momentan auch sehen. Wir sehen hier innerhalb dieses Marktes einen solchen fallenden Keil. Und wenn wir den als Chartmuster im Abwärtstrend sehen, dann könnte ein Ausbau aus diesem Keil tatsächlich die Bewegung nach oben einleiten. Und deswegen habe ich hier hingeschaut und das hat es interessant gemacht. Und wie schon gesagt, wenn der Markt hier oben drüber geht, dann wäre das natürlich sehr, sehr interessant. Für all diejenigen, die sich auch die Trends, die Untertrends auch mit anschauen, wenn wir hier mal ein grobes Bild zeichnen wollen, dann wäre natürlich der erste Ausbruch jetzt nicht unbedingt die Wahl des Ganzen, sondern wir sind hier an einer Stelle, wo wir auch trendtechnisch mal ein Auge drauf werfen könnten. Ich mache diese Linie mal ganz kurz etwas schmaler, um hier für uns noch ein bisschen bessere Optik zu gestalten. Ich sehe gerade, der Anton und der Elmar sind auch dabei. Einen schönen guten Morgen auch von mir an euch an dieser Stelle. Also schauen wir uns den untergeordneten Trendverlauf mal an. Schauen Sie sich das an. Wir haben hier einen Abwärtstrend. So, der läuft jetzt hier sozusagen. Wir haben leichte, tiefere Kurse hier. Das ist ganz normal so. Und wenn wir jetzt sozusagen aus diesem Ganzen hier ausbrechen, ja, dann hätten wir die Möglichkeit zu sagen, okay, der Markt läuft hier drunter und bricht dann hier an dieser Stelle sozusagen diesen Abwärtstrend. Und damit wäre dann auch das nächste Zeichen gegeben. Untergeordnet könnte sich hier dann auch schon ein Trend bilden. Das sehen wir ja hier. Da ist der Markt so ein bisschen dabei. Also es gibt an dieser Stelle diverse Möglichkeiten. Und das ist das, was so interessant ist, wo halt viele auch hinschauen können. Und dann möglicherweise auf der Oberseite deutlich für Bewegung sorgen könnten. Also Sie sehen schon, hier baut sich ein Spannungsumfeld auf. Das ist schon interessant auch zu betrachten. Also wenn wir uns das Ganze hier dann im Tag wieder anschauen, jetzt sehen wir hier erstmal überhaupt nichts mehr. Ich lösche mal ganz kurz die ganzen Zeichnungen weg, sonst wird es zu unglücklich. Im Tageschat haben wir dann halt die Situation, dass wir hier entsprechend der Vorgaben aus diesem Markt nach oben traden können, wenn sich dieses Muster, was ich gerade in der Stunde besprochen hat, nach oben auflösen. Und damit gehen wir in den nächsten Markt hinein. Da muss ich nun mal das Chartfenster wechseln, weil die Marken hier so eng aneinander liegen, dass sich die Zeichnung überschnitten hätten. Da gehen wir einfach mal in das Währungspaar Neuseeland-Dollar-Kandala. Also wir bleiben mal beim Kandala. Und hier hat es gestern eine schöne Situation gegeben, die sehr, sehr interessant gewesen ist. Gestern hat uns der Markt hier nach dieser langen, langen Abwärtsbewegung ein erstes Signal für die Umkehr nach oben gegeben. Und der Markt spielt dieses Szenario auch gerade. Also es geht jetzt in die Bestätigung hinein. Gestern war es noch nicht bestätigt. Jetzt kriegen wir gerade die Bestätigung. Sie sehen, der Markt läuft hier los. Ich kann mich noch an meine Zeit früher erinnern. Und immer wenn ich sowas gesehen habe, dass der Markt dann plötzlich losläuft, bin ich ein bisschen hektisch geworden. Mittlerweile sehe ich das Ganze entspannter. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel nicht gleich die Long Order drinnen ist, dann kann man auch auf die Korrektur in der Stunde warten. Wir gucken uns das gleich mal an, wie ich mit solchen Dingen auch umgehe. Dass das Trading auch entspannt laufen kann und man nicht plötzlich aufgeregt sein muss, weil jetzt läuft der Kurs los. Das erlebe ich immer wieder. Nein, das muss man nicht machen. Wir gucken uns das Ganze gleich mal an. Interessant war für mich wirklich die Tatsache, dass wir hier diesen massiven Aufwärtsschub bekommen haben, der dann extrem tief korrigiert worden ist. Mit Blick in diese Aufwärtsbewegung, da kann man schon sehr, sehr schön die Trendverläufe der Stunde sehen, die hier nach oben gelaufen sind. Und das ist dann natürlich gebrochen worden. Aber das ist völlig normal. Was sich hier jetzt im Endeffekt bilden kann, ist halt, wenn wir hier die Aufwärtsbewegung hatten, die diesen ganzen Schub nach unten ja weggebrochen hat, der Markt jetzt hier die Abwärtsbewegung hat und wir tatsächlich wieder nach oben laufen, dann könnte sich jetzt hier wieder in der Stunde, wir bleiben dann auch immer in der Stunde, ein neuer Aufwärtstrend bilden, der dann hier hochlaufen kann. Und der könnte dann unter Umständen, wenn es wirklich gut läuft, in den Tag hinein einen Aufwärtstrend bauen. Aber das Coole an dieser Stelle ist, dass wir wirklich so weit unten jetzt sind und wenn der Markt von unten aus rumdreht, dann haben wir genug Potenzial nach oben hin. Weil, gucken Sie mal, was hier als nächstes liegt. Wir haben ein paar Tageshochs vor uns liegen. Das heißt, wir haben hier das Tageshoch vom 2.7., wir haben das Tageshoch vom 29.6. in diesem Bereich liegen. Wir haben hier einen leichten Widerstandsbereich um die Marke von 90.33. Das sind Anlaufpunkte, die haben wir definitiv noch vor uns. Und das, das ist so das Geniale, was wir aus den Charts halt einfach herauslesen können. Wenn wir uns jetzt mal die Stunde hier anschauen, dann zoome ich die mal kurz etwas größer oder ich ziehe mal den Chart hier etwas größer, dass wir auch ein bisschen was sehen können. Dann schauen Sie sich das Ganze doch mal an. Diese Trendverläufe hier sind immer flacher geworden. Und hier unten gab es so diese Schwünge. Und dann gab es hier die erste Aufwärtsdynamik. So, wir haben jetzt hier in der Stunde sehr schön diesen leichten Aufwärtstrend in dieser Sache hier sozusagen zu sehen. Also das heißt, hier hat der Markt ja, Sie sehen es, angefangen zu schwingen. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts, was eine Trendbetrachtung in der Stunde jubeln lässt. Aber in den kleineren Zeiteinheiten sieht man es auch schon. Und aus den kleinen Dingen werden halt oft größer. Und wie schon gesagt, wenn sich das Ganze hier fortsetzt, heißt, wir haben ja auf Tagesbasis diese Kerze gehabt und die bestätigt sich gerade, dann haben wir halt das Potenzial auf der Oberseite, dass der Markt auch ein Stück weit ansteigen kann, beziehungsweise wir wissen es nicht, was kommt, noch deutlich mehr mitbringen kann. Und dazu wäre es halt nett, wenn sich der Stundentrend entsprechend auch mit fortsetzen könnte. Das heißt, Sie sehen ja hier die Schwünge. Wir können uns das sehr, sehr gerne, ich habe es ja avisiert, auch mal in den kleineren Zeiteinheiten anschauen. Schauen Sie sich mal hier den Trendverlauf in den 15 Minuten an. Da sieht man sehr, sehr schön die Schwünge in der Stunde. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie Sie das relativ leicht gestalten können für sich. Sie ziehen einfach hier diese, sage ich mal, starken Bewegungen, die Sie sehen, einfach hier nach. Und dann werden Sie das in der Stunde auch sehen, wie sich das innerhalb der Trendverläufe in den Kerzen entsprechend wiedergibt. Schauen wir uns das mal an. Schauen Sie, sehen Sie, das ist der Schwung. Das ist der Trend, der hier da ist. Und das ist das, was sich jetzt in der Stunde in der Aufwärtsrichtung begibt, aus den kleineren Zeiteinheiten heraus. Und jetzt sehen wir halt, momentan, Sie sehen es auch, die Stunde steht jetzt an ihrem Hoch in einer weiten Bewegung aus diesem Schwung unten raus. Und dann können wir hier vom Prinzip her an dieser Stelle im 15-Minuten-Chart sozusagen sehen, aha, wann kommt denn jetzt hier eine neue Korrektur. Das heißt, der Markt steht ja jetzt in der Bewegung. Und da ist es natürlich schön, wenn wir einfach auf die Korrektur warten können. Das heißt, wir müssen hier nicht hinterherrennen, sondern können wirklich schauen, was macht denn der Markt. Und dann einfach nur warten, bis eine Umkehr kommt. Eine Umkehr dreht sich dann unten weg. Da gibt es dann neue Trends nach oben. Und das ist das, was wir hier entsprechend auf der Uhr haben. Und das ist das Potenzial, was in diesem Chart drinsteckt. Sollte es doch zu weiterfallenden Kursen kommen, haben wir auf der Unterseite Unterstützung. Wie immer gibt es häufig was im Chart zu sehen. Und hier die nächsten Unterstützung haben wir dann am Tagestief von gestern um die Kursmarke von, was haben wir gestern im Tief gehabt, ungefähr 0,88313. Dann haben wir hier dieses Bewegungstief bei 0,87857. Und dann gibt es noch aus der weiteren Historie heraus ein paar Anlaufpunkte auf der Unterseite, wo der Markt unterstützt werden kann. Einmal hier dieser kleine Zacken nach unten könnte noch einmal um die Kursmarke von 0,87638 für Unterstützung bieten. Und dann haben wir hier diesen Bereich, der auch schon einige Male in der Vergangenheit gehalten hat. Die Kursmarke von 0, was haben wir da, 86,879 an dieser Stelle für diesen Chart. Und damit zur dritten Währung, die ich heute für Sie vorbereitet habe. Und das zwar ist das der Euro-Australische Dollar. Das ist hier der Markt wieder auf der Tagesbasis. Hier haben wir die Situation gegeben, dass wir in diesem Chart entsprechend, Sie sehen selbst, eine Kursbewegung innerhalb des Trends haben, die schon sehr, sehr tief entsprechend nach unten gelaufen oder jetzt hier entsprechend hochgelaufen ist. Gestern gab es das Umkehrsignal. Ich zoome das mal ganz kurz etwas größer. Und wir sind jetzt hier halt in der Situation, wo wir eine tiefe Korrektur dieses kleinen Aufwärtstrends hier haben. Und hier an dieser Stelle gibt es halt zwei Möglichkeiten, die hier opportun werden. Die erste Möglichkeit ist, Sie sehen es, was der Markt ja auch schon gemacht hat. Er läuft ja hier weiterhin nach unten. Die erste Möglichkeit ist, der Markt dreht hier nach unten hin und läuft jetzt schon in diesem Bereich hier unten mit ran, was das Korrektortief des letzten Trendschwungs sozusagen ist. Wie schon gesagt, das ist alles relativ klein. Und da können wir natürlich unten auch rausgehen und sagen, okay, jetzt läuft der Markt hier tief in die Korrektur. Wenn er wieder rumdrehen wird, dann hätte er das Potenzial nach oben. Das heißt, wenn hier jetzt der Markt sich sagt, okay, genug korrigiert, die Käufer nehmen das Zepter wieder in die Hand, dann haben wir selbstverständlich das Aufwärtspotenzial in die Richtung hier erstmal zum heutigen Tageshoch. Das wäre interessant. Und dann hier oben dieser Widerstandsbereich bei 1,58,809. Und schauen Sie mal, wo dieser Widerstandsbereich gedreht hat. Da haben wir ja schon relativ häufig drüber gesprochen. Es ist immer interessant, mal die Historie des Charts auch anzuschauen und zu schauen, wo könnten denn neue Käufer warten. Und das war ein Bereich, da war halt ein Bereich, wo im Endeffekt Gewinne auch mitgenommen wurden. Und dann gab es nicht mehr die Kraft, nach oben zu steigen. Und dann gab es dieses Umkehrsignal. Läuft der Markt, wie schon gesagt, weiter nach oben. Hier haben wir noch ein paar Anlaufpunkte auf der Oberseite. Die nächsten um 1,59,639, beziehungsweise hier um die Preismarke von 1,60,484. Das ist das Positiv-Szenario. Das andere Szenario, nach unten laufend sozusagen, wäre die Situation, dass wir hier unten brechen. Das heißt, der Markt hält hier sozusagen nicht auf. Dann wäre erst mal dieser Aufwärtstrend hier gebrochen. In dem Moment könnten wir mit weiterer Abwärtsdynamik rechnen. Die nächste Unterstützung würde dann sozusagen irgendwo hier unten in diesem Kursbereich liegen. Wir haben hier zwei Tagestiefs liegen, um die Marke von 1,56,586. Dann haben wir hier das leichte Korrektortief liegen. Das sieht man dann in der Stunde auch schön um die 1,56,186. Also das sind mal die Marken da nach unten, wenn der Markt mit Schwäche reagiert. Das wird sich zeigen, aber wir haben jetzt hier wieder die Situation, wo wir zwei interessante Kursbereiche haben, wo wir sehr schön sehen können, wie sich der Markt entscheiden wird. Und das sieht man halt auch wieder in den kleineren Zeiteinheiten. Das heißt, in der Stunde ist es jetzt ja logisch, wir haben jetzt einen Abwärtstrend, der ist auch bestätigt. Und wenn der Markt hier weiter nach unten läuft, dann würde halt erst mal dieses Szenario auf die fallenden Kurse gespielt werden. Und dann, wenn der Markt sagt, okay, wir drehen beispielsweise vor dem letzten Widerstand um, das heißt vor diesem Punkt, den ich Ihnen hier gezeigt hatte, vor diesem Korrektortief, was wir hier unten gehabt haben, dann würde der Markt in der Stunde sozusagen wieder einen Aufwärtstrend generieren, beziehungsweise den Korrektur abwärts gerichteten Trend brechen und nach oben laufen. Das sind die Szenarien. Also hier einfach auf die Lauer legen und das Ganze betrachten. Und diejenigen, die sich sagen, Mensch, da haben wir hier in der Stunde schönen Abwärtstrend, wir traden einfach mal aus den Korrekturen heraus, dann können Sie natürlich diese Kursbereiche auch nutzen und in den kleineren Zeiteinheiten dann entsprechend die Umkehrmuster entsprechend hier auch traden. Das heißt, wenn wir uns das mal kleiner anschauen, Sie sehen halt hier oben so diese Top-Bereiche, dann haben wir hier Korrektur, das heißt Rutsch nach unten, Korrektur und hier hat sich der Abwärtstrend gebildet und solche Stellen kann man dann nehmen, um aus gewissen tiefen Korrekturen schön nach unten zu traden. Und das ist natürlich das, was wir hier momentan auch sehen. Also ich hoffe, Sie sehen so ein bisschen den Stil, den man im Trading verwenden kann, wenn man die Charts einfach richtig liest und dann die Setups entsprechend mit hineinläuft. Ich sehe gerade im Chat, hat der Ludger gesagt, Mensch, schauen Sie doch mal einfach in den DAX hinein. Machen wir. Ich rufe gleich mal den DAX in den Tagesschart hinein, weil wir sind mit den Handelsideen für jetzt auch durch. Und dann gucke ich einfach mal eben mit Ihnen noch auf den DAX im Tagesschart hinein. Oh, jetzt muss ich erst mal die Kritzeleien hier rausmachen, obwohl die können wir eigentlich auch drin lassen. Das ist ja noch von unserer Besprechung, die wir am Freitag zu den großen Indizes gemacht haben. Also es hat sich seit letzten Freitag am klassischen, am allgemeinen Chartbild nicht wirklich viel getan. Das heißt also, wir sind weiterhin innerhalb des Abwärtstrends hinein. Ludger, vielen Dank. Das mache ich sehr, sehr gern. Ich hoffe, die Meinungen decken sich auch ein bisschen was. Also ein Feedback wäre dann auch nett, wenn ich auch sehe, was auch aus den Ideen, die ich hier habe, mitgenommen werden kann. Also noch zurück zum DAX. Was sehen wir im DAX? Also wie schon gesagt, das allgemeine Bild ist weiterhin entsprechend hier abwärts gerichtet. Wer mit den gleitenden Durchschnitten arbeitet, wir sind mittlerweile wieder unter der 200er Tagelinie. Also da sind wir schon eine ganze Weile. Und in den kürzeren gleitenden Durchschnitten, ich lege hier mal kurz noch den 50er und den 20er rein. Das ist der 20er. Ich nehme hier in der Regel, nehme ich dann immer die klassischen, simplen, also einfachen gleitenden Durchschnitten. Ich arbeite da jetzt hier nicht mit den exponentiellen, aber das ist reine Geschmackssache. Am Chartbild ändert das jetzt entsprechend nicht wirklich was. So, das ist jetzt mal der 20er und dann lege ich mal noch den 50er mit unten rein, dass wir alle wichtigen sehen, um mal kurz, mittel und längerfristig die gleitenden Durchschnitte auch zu sehen. So, jetzt muss ich mal noch eine andere Farbe wählen. So, jetzt haben wir das Ganze hier da und wir sehen hier sozusagen jetzt eine Mark, der kurzfristig, mittelfristig und längerfristig deutlich unten drunter liegt. Alle zwei, also der mittel- und der kurzfristige, haben schon Abwärtstrend, also die Tendenz geht hier deutlich nach unten, das sehen wir auch. Aber das ist alles Geschichte, viel interessanter ist, was der Markt jetzt machen kann. Was wir hier an dieser Stelle sehen ist, wir sind weiterhin, wir haben die Abwärtstynamik nach unten. Wir sehen hier auch untergeordnet eine Gegenbewegung sozusagen, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wie tief der Markt hier gelaufen ist. Wir sind jetzt mittlerweile, ich sag mal so, naja, so grob überschlagen, vielleicht 25, 30 Prozent von dieser Bewegung nach unten hat der Markt jetzt korrigiert. Aber er hat diese nicht durch schöne, starke, nach oben laufende Kerzen korrigiert, sondern er hat sie immer nur durch Spikes korrigiert. Und wir haben halt hier ein Bild, wo wir immer sehen, der Markt kauft oder verkauft die höheren Kurse immer wieder weg. Sie sehen ja, was hier gelaufen ist. Wir haben jetzt hier diese Widerstandsbereiche auch und diese Widerstandsbereiche sind halt immer wieder Punkte, wo der Markt keine Kraft hat, über diesen Widerstandsbereichen zu laufen. Das heißt, wir haben hier momentan einen Abwärtstrend, der in einer Korrektur steht, aber so richtig, Aufwärtsdynamik will hier einfach momentan nicht aufkommen. Das heißt, wir sehen immer wieder Verkäufe am Markt und die Kerzen, wie sie jetzt auch ausschauen, da haben wir ja sehr, sehr häufig Kerzen. Da ist der Schlusskurs und der Eröffnungskurs sehr nah beieinander, aber wir haben halt starke Spikes nach oben und auch auf der Unterseite. Und das ist halt ein Markt, wo man sagen muss, der ist für kurzfristige Trader interessant. Warum ist das interessant? Schauen wir uns das Ganze mal in den kleineren Zeiteinheiten an. Wir haben halt immer wieder die Situation, dass wir schöne Trends nach unten bekommen in den kleinen Zeiteinheiten. Und dadurch, dass der Markt dann relativ häufig auch wieder nach oben läuft, ich muss das mal ganz kurz etwas kleiner zoomen, dass wir das sehen, Schauen Sie, wir haben ja diese Spikes nach oben, das sind die Spikes im Tag nach oben und dann wird wieder komplett abverkauft. Und das kann man durchaus, wenn man sowas sieht, kann man das durchaus in den kleineren Zeiteinheiten für das Trading entsprechend auch nutzen. Dieter Körner, einen schönen guten Morgen. Wir besprechen hier gerade den DAX im 5 Minuten, beziehungsweise im Tagesschat, einfach um die Situation mal zu sehen. Und die Situation im Tagesschat ist halt die, und das ist das, was ich persönlich für meinen Handelsstil in solchen Dingen auch gerne präferiere, ist die Tatsache, immer dann, wenn wir sehen, der Markt bekommt immer von oben nach unten Druck und ich weiß, der Markt spiked gerne mal schnell nach oben und dann dreht er rum. Das sind halt die Situationen, wo wir dann sozusagen aus diesen Hochkursen in den kleinen Zeiteinheiten halt die Trends nach unten traden können, weil der Markt in den letzten Tagen immer wieder das gleiche Verhalten an den Tag legt, bis auf diese Kerze hier, ganz klar, da haben wir das nicht gehabt. Aber das sind so die Dinge, die können wir lesen. Also weiterhin Abwärtsmarkt, leichte Korrektur momentan, aber wir sehen, wir sehen massiv von oben den Druck. Und das ist halt ein Bild, wo man, wenn man sich das Korrekturmuster auch mal anschaut, wir haben jetzt hier unten sozusagen eine Mark, der so ein bisschen seitwärts läuft. Seitwärts an welcher Stelle? Das heißt, da stelle ich mir immer die Frage, wo ist denn die Verordnung momentan? Und deswegen haben wir die Verordnung wirklich hier seitwärts. Und diese Seitwärtsverordnung heißt halt, wir ruhen uns jetzt hier nach dem starken Kursrutsch etwas aus, es kommt aber keine Kaufdynamik an. Und aus diesem Grund haben wir hier die Situation gegeben, aus der Kaufdynamik heraus oder Verkaufdynamik, die fehlt ja, sehen wir, die Trader ruhen sich aus. Und wenn es dann zum Bruch kommt, dann kommt halt häufig Schub nach unten. Und das ist die Situation, die wir jetzt hier sehen. Also das ist ein etwas unklares Bild, aber wie schon gesagt, diese Schwankungsbreiten hier, diese langen Lunden oder langen Dochte, die haben wir halt immer wieder da. Und das kann man sehr schön dazu nutzen, aus den Extrembereichen heraus, die Umkehr zu traden. Und das ist das Bild, was ich hier für Sie in DAX sehe. Ludger, ich hoffe, das passt soweit. Und wie schon gesagt, der Ansatz, den ich hier auch immer gerne nutze, ist, wenn ich die Zeit für das kurzfristige Trading auch mit aufbringen kann, aus den Spitzen heraus zu traden. Also das sind die Dinge, die ich mir sehr, sehr gerne anschaue. Und da nutze ich wirklich die kleinen Zeiteinheiten in diesen Bereichen, um sozusagen aus den Spitzen heraus entsprechend meine Trades zu eröffnen. Denn es gibt da ja genug Handelsstile, die das erübrigen. Aber wenn man das mal sieht, schauen wir mal ganz kurz nur noch drauf. Wir sind gleich fertig. Ich will Sie hier nicht zu lang festhalten an dieser Stelle. Schauen Sie mal, hier hatten wir ein Hoch. Da ist der Markt also schön nach oben gespiked. Und dann, und das ist das Wichtige, da muss man jetzt relativ schnell hinschauen. Hier hat sich ein neuer Abwärtstrend gebildet. Und diesen konnte man sofort traden. Und das ist doch das, was wir als Trader brauchen. Mit einem kleinen Risiko in den Markt reingehen. Mit einer Wahrscheinlichkeit, dass er nach unten rät. Und schauen Sie, der hat den ganzen Rutsch nach unten noch mitgenommen. Und das ist doch das Geniale, wo wir einfach nur hingucken müssen und das antizipieren, was der Markt spielt. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wir lesen morgen früh wieder so spätestens 8 Uhr im Blog. Ich weiß, meistens ist es etwas früher, aber bis 8 Uhr, habe ich mir gesagt, möchte ich die Informationen auch einstellen. Schauen Sie ruhig in den Blog. Da lesen Sie diese Informationen immer als erstes. Und manchmal läuft das Setup ja schon an. Deswegen auch gerne vorher reinschauen. Und dann geht es hier um 8.30 Uhr wieder im Live-Webinar weiter. Ich lade Sie ein. Seien Sie unser Gast. Stellen Sie gerne auch Ihre Fragen. Den ein oder anderen Live-Chart können wir dann auch miteinander besprechen. Und damit sehen wir uns dann morgen wieder. Am Freitag übrigens werde ich dann wieder etwas Edukatives in diesem Bereich machen. Und da schauen wir mal. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie das Thema ist. Das tut mir jetzt leid. Warten Sie, ich gucke mal ganz kurz nochmal nach. Ich hatte zwei Themen auf der Uhr. Genau, morgen, am Freitag. Wir sprechen am Freitag mal gemeinsam über das Thema, was wir im Trading von erfolgreichen Händlern lernen können. Also sicherlich ein Seminar oder ein Webinar-Thema, was interessant sein kann für Beginner, aber auch schon für Fortgeschrittene, die auch noch bestimmte Dinge in ihrem Trading auch verbessern möchten. Und ich bin der Meinung, in den Dingen, wo wir lernen wollen, sollten wir einfach mal auf die schauen, die das gut können und von denen uns so ein bisschen was abgucken. Und das ist ein Punkt, da schauen wir am Freitag im edukativen Part einfach mal drauf, was es da so alles geben kann. Also jetzt sage ich wirklich Tschüss, bis morgen. Gute Trades, Ihr Mike Seidel. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.